Wenn man mit dem normalen Arbeitnehmer, der nicht mal wenig verdient redet, dann kommt, oh, meine Nebenkostenabrechnung ist gekommen, die Heizkosten, wie soll ich das denn bezahlen? Urlaub, wie will man noch in Urlaub fahren? Essen gehen, deswegen sind auch die Gastronomen jetzt auf der Straße, das ist natürlich auch ein Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann. Das sind all die Probleme und dann kommen die da hin, schön frisiert und zahlen sich noch irgendwelche Fotografen und ich weiß nicht, was alles, wo der auch sagt, ja, ich muss meinen Friseur auch selber bezahlen, ich muss auch anständig aussehen und wir haben hier dieses oben unten, wenn ich das nur noch mal so sagen darf. Die unten werden wirklich getreten, vergessen und die oben bedienen sich von uns und leben aus Sicht von vielen kleinen, die die gerade im Speck.